In einer Zeit von Hoffnungslosigkeit entsteht eine außergewöhnliche Freundschaft. Eine Freundschaft zwischen zwei Außenseitern. Bis der Krieg auch ihr Dorf erreicht. Und ein kleiner Kampf ungeahnte Ausmaße annimmt. Akzeptanz wird zu blindem Hass. Liebe weicht Verrat. Bitte. Ist die Freundschaft stärker als die Schlacht? Aber Sie haben schon so gemacht. еты. Aufsch siete. Zeit Laurie cambilos mit Ber各 beker.